Gut, wir sollen also jetzt in die Arena. Wie schön. Herr Rando, gegen wen kann ich den antreten? Gegen wen kann ich antreten? Ah, ich präsentiere dir eine wunderbare Komposition der besten Wüstenkämpfer. Das befürchte ich ja. Wir fangen an mit Irhabar, dem Blutigen. Er ist ein zäher Schweinehund, der seine Opfer, äh, Gegner, gerne langsam fertig macht. Also vergibst du diese Waffen, oder was? Das freu ich mich. Und der krönende Abschluss ist unser Champion, der ungeschlagene König von Bakarisch, Mufasa, der Wilde. Er hat in seiner Laufbahn über 100 Kämpfe ausgefochten und nur weniger als eine Handvoll verloren. Wenn er so hart ist wie Anga, dann viel Spaß. Wie lauten denn die Regeln? Wie lauten die Regeln? Du musst wissen, hier in Bakarisch kämpfen keine Sklaven. Ja. Hier treten die größten Gladiatoren der Wüste an. Und damit der Welt. Assassinen, die sich durch ihre Taten und die Können den Platz in der Arena verdient haben. Und die Regeln? Jeder Kampf kostet 1000 Goldstücke. Ansonsten gelten die üblichen Regeln. Gut, dass ich gerade gespeiert habe, weil das würde ich auf jeden Fall laden, ehrlich gesagt. Gut, dann haue ich erst den Blutigen um. Gut, dann haue ich erst den Blutigen um. Ausgezeichnet. Der geheimnisvolle Kämpfer aus dem Norden. Hey, keine Sprüche. Lass mich einfach kämpfen. Na schön. Dann versuch wenigstens gut auszusehen. Mit dem Helm eigentlich nicht möglich, aber gut. So, Blutiger. Ich hoffe, dass du wirklich auch blutig sein wirst. Du hast zwar Assassinen Dolche oder sowas dabei. Kann das sein? Ja. Das heißt, die beiden sind vergiftet, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Aber auch nicht ganz ungefährlich, weil, naja. Ist halt so. Lass die Spiele beginnen. Ja, gut, es läuft. Du wohnst schon mal. Jetzt war es besser als ich. Alter. Ja. Okay, ich bin richtig gut. Das sehe ich schon. Beide Spender weg. Ich werde den ersten Haltrang nehmen müssen. Ja, den ersten. Das habe ich schon gesagt. Oh Gott, das war ein bisschen dämlich gerade. So, hier. Ich bin ja hier. So, Beide Spender wieder gezogen. Und. Mist. Mist. Ich wollte mal ein bisschen stechen hier. Vielleicht noch Treffen dabei. Kann ich nicht mehr jetzt mal einmal treffen? Nur so für, äh, viel Statistik, weißt du? Ja. Okay, der ist viel besser als ich. Ich kann überhaupt nichts dagegen tun. Wo, ich laufe die ganze Zeit hauptsächlich weg. Ich habe jemanden getroffen. Du hältst gar nicht mal so viel aus. Also, wenn ich nicht dicht an die Hand komme, beziehungsweise wenn ich mal in den Schlagwurbel komme, dann ist alles gut. Hier muss ich echt aufpassen. Ja. Ich kann dich besiegen. Jetzt werde ich euphorisch langsam. Ich habe es geschafft. Ruf Makaresch plus 5. Ja, wunderbar. Gib mir deine Kompisse ein Schwert daher. Dein Assassinenmesser. Das war nur der erste Gegner, um Gottes Willen. Was hast du dabei? Einen Joint, den kannst du behalten. Und eine gehärtete Assassinenrüstung für 50.000 Tacken. Gib mir die Rüstung. Ha, 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 ha. Ich habe eine Rüstung bekommen. Für 50.000 Gold. Ist das geil. Da werde ich fast für einen Bug halten, auf dem Geständen. Ähm. Ach, meine Knochen. Hast du was zu sagen noch? Wir sehen uns später. Ah, sehr gut. Ähm. Die sind doch besser als meine jetzt gerade. Warte mal. 50, 65, 65. 55. Als Schutz vor Geschossen bietet es 5 Schaden mehr. Schutz vor Zerschmettern bietet es 10 Schaden mehr. Und Schutz vor Klingen bietet es genauso viel. Kann ich die anziehen? Ich kann sie anziehen. Yeah. Ha, ha. Geil. Ja, schon habe ich die harte Assassinenrüstung. Jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Wunderbar. Es sei denn, jemand beschwert sich jetzt gleich danach, wenn ich jetzt irgendwie die Rüstung anhabe, obwohl ich den Ruf noch nicht dafür habe. Zum Beispiel dieser Arm mit Schwert. Äh, ja. Ne, der Kopf. Der Toba mit Schwert. Der mich anguckt. Ist ja gut. Ich habe die Rüstung so unrecht. Ich gebe es ja zu. Aber ich habe sie halt gerne, weißt du. Wie ist es, Eri? Ähm. Du, gib mir das Geld zurück. Mann, du hast den blutigen Ganschen bluten lassen. Das ist ein Gorsspiel, was selbst für mich zu schlecht ist. Oh. Danke dafür. So, nun gib mir Ahmed. Diesen Vielarmigen. Erstmal denke ich mir kurz eine Runde pennen. Danach werde ich von Ahmed wahrscheinlich zum Brei gehauen. Und danach werde ich hochgehe in den Tempel. Ja, 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 ja. Danach gehe ich hoch in den Tempel. Die Rüstung sieht gut aus. Ähm. Gucken, was es da oben alles so gibt. Ja, ich weiß. Ich lache jetzt da drin rum und so. So, Hernando. Ich weiß, es kommt wieder kurz eine Runde speichern, natürlich. Ich bin ja nicht bekloppt. Ich habe jetzt eher mehr, wenn ich... Nein, ich kann nicht sagen, durch Glück habe ich nicht gewonnen. Gut, ich habe einmal geschildet mit dem, mit dem ich trank. Das gebe ich zu. Ähm. Man muss ja echt sehr aufpassen auf die Bewegung der Gegner. Ist echt ein gutes Training. So, nun gib mir diesen Ahmed. Diesen Vielarmigen. So. Denn jede Bewegung kennt. Ich kann dir diesen Ahmed. Diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist vielseitig. Ah, vergiss es. Du hast bezahlt. Du kannst kämpfen. Wundervoll. Besiege Ahmed in der Arena. Ahmed hat eine Gladiatorenrüstung an. Und es hat dementsprechend plus, äh, minus 10, also 10, äh, Schutz weniger gegen das Schmetter, wenn ich es richtig gerade noch in Erinnerung habe. Oder gegen was anderes, gegen Kling. Weiß ich nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt wahrscheinlich gegen Ahmed richtig abstinken. Das wird lustig. Hallo, Ahmed. Sei sanft. Zeig mir, was du kannst. Aha, aha, aha. Das ist auch so ein Wirbeler und ein Stecher. Ah, aha. Und du kannst alles viel besser als ich, aber du machst nicht ganz so viel Schaden mehr. Ah, aha. Wieso habe ich jetzt... Ah, aha. Wieso hat mein Wirbel jetzt gerade nicht funktioniert, kann man jetzt mal jemand sagen. Also, muss nicht unbedingt, aber, äh... Ich war doch auch genauso drin wie du. Ja, gut, mach erstmal dein Ding. Ich werde hier kurz mal hinten einen Heiltrank trinken wieder. Bleib stehen, du Feigling. Am besten zwei. Lauf. Jetzt. Gut. Ach, du großer Gott, hältst du viel aus. Jetzt haben wir uns gegenseitig getroffen und wir halten ungefähr gleich viel aus, okay? Ne, wir halten nicht gleich viel aus, um Gottes Willen. Du machst mir viel mehr Schaden als ich. Das ist doch ein Witz. Na gut, wieso kann ich Heiltrank nehmen? Ja, also der Wirbel ist ziemlich gut, aber ich würde gerne noch diesen anderen komischen Wirbel machen, weil sie können auch so eine lustige Drehung, die ich wiederum nicht kann. Komm, mach kurz ein Wirbel. Kann ich nicht danach mein Wirbel machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Auch mal kurz ein bisschen weg hier. Ein bisschen Abstand gewinnen. Ja. Oh, jetzt wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Oh Gott, das war ganz schön knapp. Da pfifft das Schwertprasch an deinem Gesicht vorbei. Und ich würde einfach mal in die andere Richtung, weil ich dich so verachte und dich als Gecker gar nicht ernst nehme. Sehr, sehr schön. Das ist ja ein richtiger Schwerttanz. Also ich müsste fast sagen, wenn man es versuchen möchte, mit einem Schwert hier in der Arena zu kämpfen oder die Arena-Meister zu werden, kann man es auch direkt vergessen. Ja, ich mache das Ganze nochmal. Ich kann ihn besiegen. Ich muss nur echt aufmerksam sein. Das ist Wahnsinn hier in der Arena. Macht mir aber tatsächlich richtig viel Spaß. Das ist eigentlich noch ein bisschen geiler, als wenn man gegen Leute kämpft, die nur ein einziges Schwert haben. Man muss einfach nur irre aufpassen, dass man wirklich quasi wieder mit der Reichweite spielt. Gerade auch, was ich, beide wirbeln ja, und man muss halt darauf achten, wenn er ein Wirbel ist, kann man praktisch nichts dagegen machen. Das ist einfach nur so ein Klingen-Monstrum. Da kann man auch nicht selbst reinwirbeln. Dann trifft man bestenfalls gleichzeitig mit ihm und bekommt trotzdem mehr Schaden. Das ist halt ein bisschen schade. Allerdings, also man kann ja vielleicht damit recht sagen, dass er vielleicht mehr Stärke hat oder irgendwas in der Richtung. Allerdings, wenn man selber den letzten Schlag ausführt, also diesen letzten Wirbelschlag, nicht wahr, Herr Nano? Dann kann man ihm Schaden beibringen. Das ist auch mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, das überhaupt zu schaffen. Also jetzt irgendwie mit einem Handschwerdkampf anzufangen oder, äh, keine Ahnung, einen großen Dieb auszuführen oder sowas wie einen Stich, kann man hier völlig vergessen. Und die sind viel zu flink dafür, um irgendwie einfach nur gestochen zu werden. Ähm, wahrscheinlich kriegt man das trotzdem irgendwie hin, wenn man ein richtiger guter Spieler ist, aber das bin ich ja nicht. Zeig mir, was du kannst! Ich kriege erstmal 13 Held aufs Gesicht, wie immer, ganz am Anfang von jedem Arena-Kampf eigentlich. Aber ich werde mich mausern, wie immer werde ich mich mausern. Siehst du? Gemausert. Gah! Aber der würbelt mir einfach mal, also der haut mir einfach mal so rein, wenn ich mal, äh, würbelt, das ist auch super. Warte mal, jetzt, geh ich mal kurz hier hin, jetzt bist du dahinter, jetzt krieg ich halt nicht kurz zu sehen, die Barrikade. Man kann sogar nebenbei Wasser trinken, wäre der gerade so auf. Wenn man nicht genug Heiltränke hat. Also wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, kann man nebenbei noch Wasser trinken, ist auch geil. Hallo? Nein? Ich treffe hier aber auch nicht. Jetzt. Ja. Nochmal. Ja, ich meine dich. Ja, 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 ja. Oh, ist das schön. Das war sehr schön. Das lässt mich auch gleich. Oh, ho, ho, ho. Ey, bitterbüßen. Stellt das Schwertchen weg. Ja, du bist da. Ah, okay. Das heißt, ich renne wieder weg. Ich brauche zwei Heiltränke diesmal. Nein! Weg, 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 weg. Zwei Heiltränke, also den zweiten. Du bist draußen. Nein! Ich bin... Ich verlasse die Arena, das ist doch... Achmed, unterrichte mich. Nee, 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 nee. Das war einfach nur ein Fehler von mir. Ich bin mit einem Fuß auf die Schwelle getreten. Oh, da muss ich echt aufpassen. Meine Güte. Aber der Kampf wird trotzdem noch etwas schlechter als der Kampf eben. Sehr, sehr schade. Also eben habe ich ihn ja fast besiegt in dem ersten Kampf. Das will ich wieder hinbekommen. Nee, anders. Ich will ihn eigentlich besiegen. Ich will nicht nur fast besiegen, ich will ihn direkt besiegen. Wenigstens den einen noch. Ich meine, das sind ja scheinbar drei Kämpfe in der Arena. Nach Ahmed ist er, glaube ich, nur noch einer. Und dann könnte man sich immerhin als Arenameister von Bakaresch bezeichnen. Das wäre schon richtig krass. Bis jetzt bin ich nur ein Drittel-Areameister. Und das ist eigentlich kein Arenameister. Ich bin praktisch Platz vier. Nee, ich bin Platz drei, genau genommen. Es gibt ja nur vier Leute. Ähm, trotzdem, Platz drei ist unwichtig. So, geht bei den Fungischen vielarmigen oder vielseitigen oder vielgepriesenen, wie auch immer. Ich schaue bei einer Blutige, rennt noch gerade wieder raus. Sind sie alle grün, weil ich ja schon Ruh 75 habe. Das finde ich super. Wieso renne ich eigentlich? So, dann geht meine ganze Ausdauer weg. Die ich gleich noch einen Kampf brauchen werde, um wegzulaufen. Wo bist du? Hinter mir. Natürlich. Du bist mir auch ein bisschen nerdig, fällt mir gerade so auf. Zeig mir, was du kannst. Es wäre aber schön, wenn ich den ersten Schaden machen würde. Das wäre super. Ja, ist gut. Mach es gut oder so schlecht. Ich gehe also hoch in den Tempel. Ist okay, ist okay. Ähm, ja. Vor allem, ich sage nur noch, es wäre ja schön, wenn ich den ersten Schaden machen würde. Und kaum lasse ich diesen dreisten Spruch ab. Er kloppt nämlich einfach mal so zusammen. Das ist, äh, das ist eine wahre Freude, das möchte ich mal nur sagen. Gut, dann eben nicht. Ach, dann ist es eben ein Kampf, den ich mir für später mal aufheben werde. Ebenso wie, äh, Angare in Morazul. Aber das ist auch okay. Dann, äh, habe ich mir jetzt noch eine Motivation, nochmal in den Wüsten zurückzukommen. Weil, ich tue mich mal ein bisschen schwer damit, wenn ich immer die ganze, ganze Region abgrase mit, mit sämtlichen Aufträgen und sowas alles. Ich muss auch zum Beispiel die Anfangsstädte, also so Braga und solche Dinge, habe ich auch noch nicht auf, äh, 75 Prozent bekommen. Bekomme ich aber auch noch hin. So, Anando. Erstmal genug mit den Kämpfen, wir gehen hoch in den Tempel, aber erstmal mit Amul. Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakarisch verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Wundervoll. Du hast 1.500 Erfahrungen. Und jetzt kann ich hier hoch und du quatschst wahrscheinlich dumm an dafür. Right. Amul schickt mich. Jetzt lass mich durch. Amul schickt mich. Jetzt lass mich durch. Natürlich. Wundervoll. Ja, mal sehen, wie es in diesen riesigen Gebäuden aussieht. Der Aufgang hier hoch ist eigentlich ein bisschen traurig. Sieht aus wie eine Miene eigentlich. Können wir vielleicht ein bisschen festlicher gestalten oder ein bisschen würdiger, würde ich eher sagen. Schau an, ein Sklave. Ein Sklave mit Namen. Gut, dann nehme ich. Murak. Gibt es noch andere Leute hier? Du bist zum Beispiel ein fähiger Assassiner. Ein ausgebildeter Assassiner bist du sogar. Ja, bist du. Oh mein Gott, ich sehe schon, ich verirre mich gleich. Ich bleibe das mal kurz ein bisschen links, bevor ich diese komischen abzweigenden Gänge nehme. Ach ja, ich bin in den großen Kuppelbau. Okay. Und da hinten geht's wahrscheinlich in den Tempel rein. Dann bleibe ich noch ein bisschen in den Kuppelbau. Erstmal die äußeren Regen betrachten. Ob es hier irgendwas cooles gibt. Leute zum Beispiel, mit denen ich reden kann. Nein. Oh, Sackgasse. Ja, dann hier nicht. Hier ist auch nichts Wichtiges. Scheinbar zumindest. Also bleibt doch nur eine Gange. Nee, es ist gerade zwei Gänge. Ich gehe mal hier hin. Wer bist du denn? Das ist ein Veteran. Okay, hier kann man runter und hoch. Okay, ich werde mich sowas von verirren, dass es schon mal voll ist. Von hier kam ich, glaube ich. Ich müsste irgendwo Burak rumstehen. Oder rumfegen. Ja, genau. Gehe ich erst nach unten oder erst nach oben? Ich gehe erst mal kurz nach unten, weil von unten kamen wir gerade. Da will ich erst mal sozusagen den Rückzug in Anführungsstrichen sichern. Todeshändler. Ah, das muss das Lager sein. Schwertmeister. Hier ist überall Gold. Gold in Krüge. Geil. Oh, das ist aber schön hier. Aha. Leider sind aber dein komischer Wams unten aussetzt und irgendwie so eine goldene Wurst da unten hängen. Aber lassen wir das mal sein. Also das ist eine stabile Metalltruhe. Du bist ein... Du bist Hasul-Schatzmeister von Bajaresch. Goldhandel mit dem Schatzmeister betreiben. Ja. Ach, bei dir kann man Goldbrocken eintauschen. Das ist ja richtig geil. Äh, ändert sich irgendwie der Satz. Wir haben ja ein Goldbrocken gegen 80 Goldstücke tauschen und wir haben... Hä? Wir vier Goldstücke, fünf Goldbrocken kaufen. Ach nee, das ist Kaufen. Moment. Ne, ist immer 1 zu 80. Ja, dann nehme ich halt mal das. Und 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 das. Danke. So, ich habe die ganzen Goldbrocken jetzt verkauft. Brauche ich nicht wirklich, glaube ich. Ach, besser wahrscheinlich relativ viel Geld bekommen. Oder Gold bekommen. I. 69.000. Ja, war nicht schlecht, glaube ich. Hat einer von euch noch was zu sagen? Belias hat... Ach nee, hat er ja schon. Ein Goldpokal. Ich klicke mir jetzt nicht auf die linke Maus. Also ich nehme sogar den Finger extra von der Maus so ein bisschen weg. Also halt immer so ein bisschen schräg, dass ich nicht aus der Seine irgendwo draufklicke. Und mich alle Leute umbringen wollen. Viel Gold. Ja, hier ist jede Menge Gold. Leider sind es immer dieselben Statuen. Ach nee, das sind Zauberer. Okay. Das ist wahrscheinlich so die Einigkeit zwischen den Assassinen hier und den Zauberern. Also den Magiern, den Schwarzmagiern. Eigentlich fände ich es ein bisschen geiler, wenn die zwei Schwerter hätten, die Statuen. Große Truhen. Große Truhen. Stabile Truhen. Und ein Ding, was ich zumindest lesen kann, ohne jemanden was wegzunehmen. Uninteressant. Ja, toll. Gut, dass es hier in der Schatzkammer steht. Ach, hier würde ich so gerne plündern. Wahnsinn. Aber ich bin ja nicht bekloppt. Bei deinen Freunden zu plündern, das ist immer eine ganz dumme Idee. Und ich glaube, die bringen ja nicht nur um, sondern foltern einen vorher noch und keine Ahnung. Ich mache andere schlimme Dinge. So, wo kann ich denn hier hochgehen? Bin sie noch höher? Nein, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Denn noch glaube ich, dass ich die Orientierung habe. Hier sind aber nur ein Ring höher. Hier ist eine normale Truhe. Okay. Oh, ein schöner Ausblick. Ich liebe ja große Ausblicke. Hier kann man bestimmt ganz toll. Warte mal. Oh ja. Man kann hier rausgehen. Richtig geil. Äh, da ist aber... Oh Gott, ich bin jetzt wieder rein. Ich muss hier wieder rein. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, äh, dumm gelaufen. Ne, ich weiß nicht, wie da reinkommt. Ich könnte hier unten auf das Dach springen und dann da hinten runter, aber... Ich würde doch sehr gerne einfach hier rein wieder. Es reicht aber wirklich gerade so nicht. Ja, sehe ich hier noch irgendjemanden drin, mit dem ich sprechen könnte? Warte mal, da war keiner. Da habe ich auch keinen gesehen. Und da habe ich auch keinen gesehen. Okay, dann lassen wir es halt mal so. Ich springe hier hinten aufs Dach. Oder ich gehe einfach hier runter. Alles gut. Alles ganz normal. Alles gut gelaufen. Hier ist nichts passiert. So. Hat einer von euch einen Namen? Treuer in der Billiards. Hüstenläufer. Nein. Du. Ausgebildete Assassiner. Jetzt will ich erstmal kurz diese Statue hier angucken. Ein bisschen von nah an. Oh, ich habe fast befürchtet, dass ich runterfalle. Weil das System hier, das Kollisionssystem ein bisschen komisch ist. Ah. Sieht aus wie eine krassere Form von Gargülen praktisch. Sehr, sehr schick. Schön modelliert. Ich kann mir fast vorstellen, dass dieses Gebäude genutzt wurde für irgendeine Grafikdemo damals. Anwärter. Wir passen auf. Ein Anwärter darf hier wachen. Das war auch krass. Der hat aber schon was zu sagen. Der komische, lustige Mann mit dem Apfel. Aber da freue ich mich mal die ganz anderen Leute angucken, ob die noch irgendwas zu sagen haben. Nein, habt ihr alle nicht. Ja gut, dann reden wir mal mit dem Apfel. Hallo, Apfelmann. Sigmar. Sigmor. Sigmors Truhe. Die aber, die Beljars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar München klimpert. Hm. Ähm. Kannst du mir was beibringen? Ja, das ist so respektlos. Ach, kennst du eigentlich Aldo? Na komm, müssen wir machen. Ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist mit ihm? Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Grüße und... Er ist ein guter Mann. Verstehe. Er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Ja, hat er wohl. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Er ist in Ordnung. Er hat's einfach nicht drauf. Ganz ehrlich. Er hat's einfach nicht drauf. Er hat's einfach nicht drauf. Hm, ja. Das stimmt. Was? Bring ihn um. Wie du das machst, ist mir egal. Aber zu niemandem ein Wort. Okay. Ähm. Eigentlich ist es in Ordnung, weil ich bin Assassine. Muss man auch mal sagen. Und hier herrscht halt eine ziemlich harte Hackordnung. Und ich dürfe euch gar nicht so schockiert sein, dass ich umbringen soll. Denn, ähm, muss auch sagen, ich war ehrlich zu ihm, zu Sigmoor. Und Sigmoor ist ein wichtigerer Mann als Aldo. Für Aldo war alles bekommen, was wir bekommen wollten. Jetzt kann Aldo im Prinzip sterben. Ja, das ist im Prinzip richtig. So, ähm, ich habe hier übrigens einen Brief von Sancho für dich. Ich habe hier einen Brief von Sancho. Was? Zeig dir. Wow, ruf mal der Assassine plus 15. Ja. Und level up. Was? Ah, verstehe. Ja, wenn das so ist, dann werde ich mich natürlich bei Zuben für dich einsetzen. Ja, cool. Danke. Wer war es, Sancho? Habe ich total wieder vergessen. War wahrscheinlich irgendein, äh, irgendein Assassine in, in Brutal, nehme ich mal an. Ähm, ja, aber kannst du mir irgendwas beibringen? Du verlangst, dass ich meine Kunst, unsere Gabe, unsere Macht mit dir teile? Ja, die schwarze Magie ist die höchste Form des Glaubens an Beliar. Es gibt keinen Grund, warum ich sie mit dir teilen sollte. Ja, okay. Kannst du mich jetzt unterrichten für tausend Gold? Ne, lass mal. Äh, hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Was? Was hab ich dir getan, dass du mich störst? Wenn du Arbeit suchst, geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Habe ich doch schon. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Ich find den Sigmor eigentlich ziemlich geil. Er ist zwar an sich unglaublich unhöflich, aber er ist halt wirklich ein mächtiger Mann. Ähm, man muss eben auch sagen, wenn jeder Tag oder ihr jetzt mal zu ihm kommt und sagt, hast du Arbeit für mich? Und er hat sofort 20 Aufträge, die er aus der Hand zaubert, findest du es ein bisschen unglaubwürdig, aber okay. Ähm. Warte mal, ganz kurz. Ich erinnere mich da an etwas. Ja, speichern, genau. Ne, alles gut. Ja, hier ist ein komplett unscheinbarer Raum. Scheinbar. Ähm, und ich hab mich auch, glaube ich, noch nie irgendwie da hochlevitiert, oder irgendwas in die Richtung gemacht. Aber ich find, da oben ist irgendwas total geil. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich glaub, ach nee, ach, das ist mal für irgendeine Quest, was mir irgendwann wichtig hier hinzukommen. Egal. Völlig egal. Ich hab jetzt erst mal plus 15 Ruf bei der Assassinen bekommen. Hier oben wechselt ein Baum drauf, beziehungsweise ein Riesenstrauch. Das ist ja geil. Da bin ich mal hoch nochmal. Dann müsste es doch eigentlich funktionieren. Und wir müssen jetzt noch Aldo töten. Nicht wahr, Herr Assassinen-Veteran? Ja, genau. Siehst du auch so. Vielleicht nochmal eben mit dem Bogen anschießen oder sowas. Äh. Ne, warte mal. Hier bin ich gerade rausgegangen. Das ist eine normale Truhe. Ja, okay. Und hier oben drauf wächst gerade der Baum. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Kommt man hier irgendwie rauf? Ja, vermutlich eher nicht. Eigentlich schade. Na gut, gehen wir runter nach Aldo. Wir haben Bakka Resch mehr oder weniger abgeschlossen gerade. Ich gebe jetzt zu, man hätte vielleicht ein bisschen was pompöseres oben erwarten können. Auf dem, auf dem, äh. Upsala. Äh, auf dem Turm, beziehungsweise auf den Gebäuden. Das gebe ich ja schon zu. Gehst du jetzt da rein? Aber trotzdem finde ich das Design hier sehr schön. Hast du jetzt irgendwas zu sagen, Murak? Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Nö, wirklich nicht. Alles ja okay. Aber du hast nicht außer Spaß einen Namen. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt bin ich ehrlich, was die Wüste-Städte angeht, nur noch gespannt auf, äh, Zums Palast, der ja relativ schön sein soll. Oder schön sein muss, weil er ist relativ reich. Raid, hast du irgendwas Neues zu sagen? Wir sehen uns später. Okay. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. So, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Gut. Die Frage ist, ob wir vorher mit Amul reden sollten oder nicht. Hm. Ich mach's einfach mal. Ich werde mal kurz das Feuer speichern. Dann rede ich mit Amul. Dann würde wahrscheinlich so was sagen wie, oh, hast du mich empfohlen? Ich sag so, ja, so halb-halb. Irgendwas in der Richtung. Und dann werde ich mal aus der Ferne mit dem Bohr auf ihn schießen. Das wird super. Ja, gut. Hallo, mein Freund. Aldo, so rum. Ach nee, du sagst mir gar nichts. Okay. Das ist auch in Ordnung. Dann begebe ich mich kurz da hinten hin. Hier, wo die beiden Löwen schon lagern. Sehe ich dich noch hier? Irgendwie? Weiß ich nicht. Bist du lustig da hinten? Aldo, hast du dich bewegt? Ich muss vielleicht mal rückwärts gehen. Ja, das bist du wirklich. Das ist Aldo. Vielleicht auch nicht kann ich euch in die Richtung gehen, weil da hinten ist wieder der andere Assassinen Bert. Bleib bitte stehen. Aldo, bleib bitte stehen. Ups. Ich muss ja noch mal den Bogen attackieren können. Aldo! Mach keinen Mist hier. Da oben ist er. Wunderbar. Ja, so kann das klappen. Mist. Jetzt läuft er wieder weg. Aldo. Gibt es nicht. Oh, jetzt bin ich einer auch noch eingelaufen. Das ist ein bisschen doof. Ja, ja, ja. Die greifen alle Aldo ein. Das ist auch lustig. Ich lebe für den Kampf. Okay, das ist wirklich mal... Das nenne ich Konkurrenz. Aldo ist tot. Ich dachte, der andere Händler greift mich auch an. Hier kurz mal deine Fläschchen und dein... Was hast du? Manna-Pflanze und ein Sonnenkraut. Ja, okay. Assassinen-Messer. Noch eins vielleicht. Ich habe doch meistens zwei. Das ist ja auch krass. Das ist ja auch krass. Äh. Du? Du bist ganz schön krass drauf, oder? Ähm. Was ich mal gerne wissen würde, wenn ich jetzt hochgehe zu dem Magier. Freut er sich dann, dass ich gerade den Typen getötet habe, oder nicht? Hm. Ich würde es einmal probiert haben, wenigstens. Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass wir eine Weile brauchen werden, um da hochzulaufen. Aber egal. Ähm. Ich würde wirklich mal gerne wissen, was in dieser Kiste drin ist, die der komische Magier da hat. Wahrscheinlich, ach Mist, wahrscheinlich müsste ich ihn irgendwie, ja nicht ausknocken, aber wenigstens müsste ich ihn wahrscheinlich beklauen mit Taschendiebstahl. Ähm. Und mit seinen Schlüssel schnappen. Damit ich halt irgendwie irgendwas mit dem Inhalt der Kiste machen kann, oder sowas. Ah, das ist gemein. Obwohl es natürlich nett ist, weil es dann wiederum ein Auftrag ist, der wirklich nur für Taschendiebe sozusagen wichtig ist. Aber egal. Gut. Kommen wir also nicht ran. Schade, schade. Zumindest vorerst nicht. Aber hier sind auch zu viele Wachen, dass ich einfach mal so ausschalten kann. Das ist mir zu gefährlich. Du, hast irgendwas zu sagen? Ich habe mich um Aldo gekümmert. Ich habe mich um Aldo gekümmert. Sehr gut. Du bist zu gebrauchen. Du darfst jetzt wieder deinen Geschäften nachgehen. Danke, du bist so nett. 500 Erfahrung und 1.500 Gold. Nee, andersrum. Ja, hat sich ja total gut gelohnt. Aber egal. Soll so reichen. So, Bakker Resch ist im Prinzip... Warte mal. Wieso kam von dort? Wir können auch noch hier reingehen. Nee, warte mal. Wir kamen von dort. Wir waren gerade im Palast richtig drin. Mein Gott, stimmt. Ich erinnere mich. Das war so ein Doppelbau. Eigentlich ein Dreifachbau genommen. Lasst da mal in die richtige Kuppel reingehen, die viel beeindruckender ist. So unauffällig. Das Ding habe ich gesehen, aber das Teil nicht. Ist auch geil. Einer von euch einen Namen? B.A.S. Hunt? Assassin-Veterane? Nee. Das ist doch mal viel beeindruckender. Hier, ein riesengroßer schwarzer Phallus. Naja, gut. Ähm. Irgendwie... Weiß nicht, ob ich da hingehen sollte. Oder rangehen sollte. Das scheint da ziemlich tief abzugehen. Deswegen bleibe ich immer dabei. Aber hier sind überall irgendwelche Edelsteine oder zumindest schöne Wandschmückereien. Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. In der Tat. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Ja, sehe ich auch so. Wie sieht's denn aus mit meinem Ruf? Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste. Andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer. Und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst, direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Hm. Äh, ich kümmere mich um die Oase. Welche Oase meint ihr? Meint ihr vielleicht die Oase, wo diese Banditen-Nomaden drin sitzen? Oh, guck mal, zwei Frauen tanzen. Super. Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Biljas spüren. Ja, eine Lektion in Gastfreundschaft. Äh, ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Kann ich das? Keine Ahnung. Aber ich würde gerne Hilfe mitnehmen. Warum nicht? Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Ach so. Dann nehmen wir Silvio. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Er ist doch ein guter Kämpfer. Ein wenig Abwechslung wird ihm gefallen. So sei es. Silvio soll dich begleiten. Ja, wunderbar. Äh, was kannst du dir beibringen? Wahrscheinlich nur was über schwarze Magie. Deswegen werde ich mal dabei bleiben. Was ist das für eine Truhe? Eine große Truhe. Hier sind so viele schöne große Truhen. Ich möchte unbedingt mal in das blaue Licht treten. Aber ich glaube, ich sterbe dabei. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist das ja alles aus Gold? Ist das wahnsinnig geil. Und das ist wahrscheinlich einer der obersten Schreien überhaupt für Belia. Wahrscheinlich der oberste Schreien überhaupt. Spürt die dunkle Macht. Hier ist Belia. Ich weiß nicht, was will ich, wenn ich hier anklicke. Vorsicht halber. Ich werde danach auf jeden Fall laden. Völlig egal, was passiert. Denn ich möchte danach auch noch mal ins blaue Licht treten. Einfach rausfinden, was da passiert. Oder wieso kann ich jetzt... Dazu bin ich nicht bereit. Ah, ja. Ah, hier kann ich also direkt mit Belia sprechen. Na gut, dann nö. Brauche ich eigentlich wirklich laden? Sogar der Gargoyle ist aus Gold. Ja, keine Ahnung, was hier passiert. Ach, ich kann ja nicht rein. Kann ich hier reinspringen? Nein, das ist einfach eine total lustig gewobene Barriere. Schön, kann ich mit euch reden? Tänzerin. Ich bleibe noch ein bisschen hier stehen. Das ist schön. Ne, ähm, begabte Tänzerin. Was willst du? Sieht doch beide absolut gleich aus. Also ich meine von der Bewegung her. Es ist nicht so, dass du irgendwie begabter wärst als sie. Bitte mal, jetzt ein, ihr Fräulein. So, wie auch noch mal. Hast du noch einen Namen? Geh jetzt besser. Ja, ich gehe ja schon. Ein alter Mann und drei Weiber. Das ist auch, äh, eine interessante Mischung. Ich wollte gerade hier runterspringen. Bin ich bekloppt? Ähm, nein, nicht nicht. Aber wir können jetzt in der nächsten Folge, können wir mit Silvia Oase ausräuchern. Und ich nehme an, ist die Oase gemeint da hinten mit diesen Nomadenräubern. Mit diesen freiberuflichen Räubern, wie sie auch mal sich benennen wollen. Keine Ahnung. Und da die Folge auch schon wieder relativ fortgeschritten ist, würde ich mal sagen, das mache ich ein andermal. Also noch dieses Wochen natürlich. Also gleich in der nächsten Folge. Aber ich mache erstmal einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.